Härtester Blick, jetzt werden Rapper gefakt. Hast du das gerade wirklich gesagt? Yo, Kartoffelfreunde. Und willkommen zu einer weiteren Folgerunde Penis von Survivor Games. Diesmal mit dem guten... Das ist der Moment, wo dein Name kommt. Juhu! Hallo. Ähm, ja. So, Survivor Games. Okay. Wir sind in einer Nicht-Team-Runde, weil ich Teams abgrundtief verabscheue. Nicht? Ja. Aber wir können ja nachher oder gleich nochmal eine Runde mit Teams machen. Ja. Das wird ja kein Problem sein. So, wir müssen uns ja nur nicht angreifen lassen. Das muss ja keiner wissen. Nein, er verläuft mich hinterher mit dem Schwert. Oh nein. Nein. Gar nicht. Ich sehe dich da hinten. Oh mein Gott. Er folgt mir. Nein. Ich werde auch verfolgt. Ich höre seine Schritte die ganze Zeit, das ist voll nervig. Oh mein Gott. Ich renne einfach. Ich renne und 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 ich renne. Ja, wie viele von euch bestimmt mitbekommen haben, habe ich die 300 Abonnenten geknackt. Der verfolgt mich immer noch. Anstatt, dass er den... Warte. Anstatt, dass er den angreift, der ein Schwert hat. Nein, er verfolgt mich. So. Wir haben die 300 Abonnenten geknackt. Yay. Wuhu. Wuhu. Und er verfolgt mich immer noch. Ne, er hat aufgegeben. Und... Wir haben uns da was überlegt, für das 300 Abonnenten-Special. Nämlich werden wir euch alle einladen zur Gamescom 2015. Wait, what? Wäre doch was, oder? Pst. Sag das doch nicht. Pst. Ja, ich kaufe euch allen Karten. Ja. Ich bin auch für alle die Aufsichtsperson. Genau. Alter. Nein. Und zwar wollte ich einfach mal fragen, was für euch denn ein cooles 300 Abonnenten-Special wäre. Also schreibt es mir einfach in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und ich suche mir dann das Beste oder die besten Sachen raus. Je nachdem, was am besten umsetzbar ist, würde ich sagen. Und dann kann man... Oh mein Gott. Kann man... Bistig. Ja, okay. Okay, was... Red mal rein. Kann man... Kann man ja schauen, wie was wird. Und dann werde ich auf jeden Fall... Okay, kann nicht mehr sprinten. Das Zeug da machen für euch, ne? Dieses Abonnenten-Special hier. Wenn... Natürlich nur vorausgesetzt, ihr schreibt was in die Kommentare und ihr wollt's überhaupt. Ähm... Was anderes ist jetzt der super coole... Die super coole Quick-Quiz-Challenge gewesen, wo der hässliche hier Vogel ja verloren hat. Damit bin ich gemeint. Ähm... Genau. Genau. Und... Also einige... Ich muss sagen, die meisten Challenge waren jetzt ganz witzig, aber das ist... Also ganz ehrlich, bei so einem kleinen Video würde ich das noch nicht machen. Also ich hab da wirklich nichts dagegen, aber dann wirklich bei was richtigem... Ich bin... Oh Mann, ich bin durch Fallschaden gestorben. Er hat mich hochgeboxt und dann bin ich aufgekommen und gestorben. Er hatte nichts mehr an Leben. Kann nichts mehr. Das können wir machen bei größeren Videos dann später. Und ja, was haben wir uns da überlegt? Und was mit Wasser war das denn? Ähm... Warte, Moment. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. So! Okay. Zweite Runde. Und Penis. Wo bist du eigentlich? Nein. Äh, hier auch. Hier. Irgendwo. Nee, echt? Ich suchte dich gerade. Ähm... Da ganz gegenüber bist du. Hier, spring ganz gegenüber von dir. Ah ja, richtig. Okay. Ähm... Mit dieser Challenge... Also wir haben uns die Kommentare durchgelesen. Und äh... Der Jaden ist ja ein bisschen schüchtern. Und möchte nicht die harten Sachen machen. Wie Pfeffer durch die Nase. Ich habe wie gesagt gesagt, sowas macht man dann bei Größe... Einen weiteren Videos. Aber nicht bei einem Video, wo wir beide dann nicht mal 500 oder 1000 Aufrufen haben. Das ist ja... Das sieht ja dann am Ende gar keiner. Das ist ja nicht witzig. Also wir haben uns überlegt... Ich glaube, ich sorge dafür, dass das Leute sehen. Ja, wir haben die jetzt halt so gemacht, dass wir das jetzt so machen, ähm... Dass ich das irgendwie so... Ja, irgendwie bei jedem Kill oder Tod... Was war das jetzt? Ähm... Jedes Mal, wenn du stirbst, kriegst du erstmal einen ordentlichen Guss Wasser über den Kopf. Ja, das ist cool. Ja gut, das machen wir so. Ja, ich verfolge jetzt wieder einen, der hat mich gerade fast... Ach man. Ich habe echt immer ein Pech. Ähm... Mensch, der habe ich einen qualvollen Tod. Bitte. Ich erwarte den Tag. Ich kann ja anstatt Wasser auch Salzsäure nehmen. Wenn du mit Latze weiterleben willst, gerne. Oh mein Gott, nein. Jaden mit Latze, das hätte was. Ja, auf jeden Fall machen wir das jetzt so. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Oh nein, ich glaube, ich sterbe. Ja, ich bin wieder tot. Ah, fuck. Eben, was für eben... Eben, ich nehme nicht auf. Ich gewinne eine Runde. Ich nehme wieder auf. Ich verliere. Das ist... Naja. Auf jeden Fall werden wir das dann so machen. Das Video wird dann auch die nächsten Tage kommen. Denke ich auch einfach mal. Nächsten Tage? Ich muss mir erstmal eine Rekum kaufen. Ich muss ankommen und alles drum und dran. Ja, dann gehst du halt zu Saturn. Saturn, ja. Komm, den kriegst du, den kriegst du, den kriegst du, den kriegst du. Ja. Juhu. Du hast einen Steak liegen lassen. Ich glaube nicht, dass du das liegen lassen haben willst. Vier attack damit, vier attack damit. Uh, schicke neue Sneakers. Ja, Mann. Die neuen Nikes. So, schauen wir mal. Die neuen Nikes. Nikes Freeze. Ja, Mann. Oh, dieses Neue, dass man zurückgeboostet wird, wenn man hier zu nahe kommt. Das nervig. Ja, das ist richtig dumm. Das ist immer voll blöd. Zwischen Pfeile kannst du dich immer noch stellen. Wirklich, die werden echt abgefangen. LOL. Häää, LOL. Kill für Kill sammelst du deine EP, doch Somewhere over the rainbow. Ja. Hau da erstmal die vier Flaschen raus. Einfach rein. Einfach rein. Ey, wie soll man bitte hier in die Kiste da ganz... Ach, muss man hier runter? Da kommt... Ich hab nicht geghostet. Nein, ich hab... Der hat so viel Fallschaden gekriegt. Den kannst du... LOL. Der weiß ja wirklich, wo alle Kisten sind. Der kennt sich hier aus, du. Ey. LOL, ich bin... Ich bin in der Wand festgebackt. Der will mich nicht. Der mag mich nicht. Okay, der Typ hat gerade einen interessanten Spot gefunden. Hier sind vier Kisten drin. Ne, drei. Wo bist du, Bruder? Wo bist du da? Nein, das bist du nicht. Da bist du. You got raided, bro. Du stirbst. Ey, Mann. So ein Scheiß. Okay, komm, eine Runde machen wir noch. Runde drei. Auf dieser Flughafen-Kack-Map. Keine Ahnung. Turbulenz. Turbulenz heißt die. Ich habe einen geleitet. Eingeführt hab ich. Der Führer. Oh, wow. Der Typ da hinten heißt wirklich ungesieft. Ungesieft. Hallo ungesieft. Sag, hallo YouTube. Alle Namen sichern, die irgendwas mit Unge zu tun haben. Ungefühlt. Ungekocht. 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 Den muss ich mir merken. Ungekocht. Ja, ähm. Hallo, willkommen zurück bei Ungekocht. Ähm, heute machen wir ein, ähm, lernen wir einen, ähm, vegetarischen Döner. Veganen Döner, sorry. Echt, schämlich. Ja. Konntest du das verwechseln? Oh mein Gott. Shame on you. Oh mein Gott, ich melde sowas von deinem Kanal, ne? Dann kriegst du einen Strike. Ja. Werde ich auch, ganz ehrlich. Ein Strike? Ein Strike? Ey. Ich sorg für drei, mein Freund. Also, ich wollte, also hier. Mal hier. Oh mein Gott, nein, nein. Das ist doch nicht sein Ernst. Wieso? Ich treffe ihn dreimal. Er gibt mir einen Hittigfall um. Ficken, Alter. Das ist unfair. Auch mehr Alte, ich hab keine Waffe. Das ist immer das Beste, wenn man keine Waffe hat. Wuii. Ach ja, hier. Damit die Leute das nicht vergessen, schau mal beim guten Kollegen vorbei. Bei Herr, ähm, you got raped, bro. Genau. Der Link wird auf jeden Fall in der Beschreibung stehen. Geil, ich nenne mich you got raped, bro. Manche würden bestimmt ihre Familienmitglieder bei mir wiedererkennen, meine ich. Ja. Warte, bleib mal stehen. Ich will mal gucken, ob ich wie so ein Trampolin auf dich springen kann und wieder hochfliege. Dong. Äh, lol. Ich stehe. Ich stand in dir drin. Okay. Das funktioniert ja gut mit diesem System. Und jetzt boing. Lol. Boing. Okay. Kannst weitermachen. Kannst weiterlaufen. Ja. Ich stehe links von dir. Ich ghoste nicht, aber links von dir. Oh mein Gott. Was willst du? Was willst du? Du hattest sogar eine Diamant-Axt in dem... Alter. ...letzten. Gut, ich würde mal sagen... ...eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Oh, da sind wir auch direkt wieder drin. Guck mal, du bist neben mir. Hier, hier. Neben dir rechts, 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 rechts. Ah, blablabla. Lol, Minecraft aufgehängt. Ein YouTuber. Minecraft hat gelaggt. Minecraft-Standbild. Der echte Lavaline. Oder ein Faker. Ich wollte noch in HD schreiben, aber dafür war die Zeit einfach nicht genug. YouTube-Elite. Ja, ich kenne die ganzen Leute und so. Ich bin, ähm... Ja, mein Name ist awesome-HDLP. Geil. Krieg ich einen Admin bei dir. Junge. Wie der abstauben wollte. Deine Mutter, Alter. Verpiss dich. Bäm, Snicker. Vielleicht soll ich das nicht zu laut sagen. Der hat aber ganz gut... Du hast Snickers gesagt, hast du das nicht verstanden? Snicker? Ach, Snickers. Ja. Ich dachte schon, du hast Nigger gesagt. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Der hat ganz gut reingehauen, dafür, dass der Typ gebrannt hat. Finde ich nicht okay. Ich würde alle, alle ziehen. Ja, du bist der härteste Faker EU. Härtester Blick. Jetzt werden Rapper gefakt. Hast du das, hast du das gerade wirklich gesagt? Sag das bitte nochmal. Ich habe es schon wieder vergessen. Alter. Komm, gib alles. Mit einer ganzen Stimme, oder? Ja. Härtester Blick. Jetzt werden Rapper gefakt. Härtester Blick. Oh, jetzt werden Rapper gefakt. Das kam so voll unerwartet. Ey, ganz ehrlich, du hast voll die Quotenlache. Habe ich dir das schon mal erzählt? Danke. Glaub mir, du wirst nur Abonnenten wegen, du wirst nur deine Abonnenten kriegen mit deiner Lache. Ich werde deine Lache einfach immer als Vorspann reinpacken und dadurch kriegst du dann die ganzen Abonnenten. Aber wenn ich richtig ausraste, dann geht es aber richtig ab. Ich habe einen Kollegen, der lacht so genial, ohne Scheiß. Nice. Kennst du diese Menschen? Du musst einfach nicht lachen, weil sie witzig sind, sondern weil die einfach so, ihre Lache so unglaublich erbärmlich ist. Ja, das höre ich von vielen. Also jetzt nicht, das war jetzt nicht auf dich bezogen, sondern ich habe einen, der lacht wirklich so richtig genial. Ich glaube, ich muss die Lache hier mal einspielen. Ich habe irgendwo ein Video von dem, wo der richtig lacht. Jetzt geht es los. Also Leute, gleich seht ihr die Lache. Und jetzt. Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Also wenn ja, dann hast du eine Einleitung dafür. Ahahahahaha. Ahahahahaha. Ne, er hat mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe so ein Video geschickt. Irgendwo. Ja, genau. Oh, 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 oh. Der Kampf. Der Kampf of Destiny. LOL. Ich werfe ihm meine Waffe hin. Ahahahahaha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weißt du, wo das Problem ist? Der andere staubt den jetzt ab. Der hat den jetzt abgestaubt. Hat meine Diamant-Axt. Ich habe ihm, ich habe ihm, achso, ich habe auch noch ein Schwert. Oh, ich habe... Oh mein Gott. Gut, wir merken, es ist genug für diese Folge. Ähm, wie schon erwähnt. Meine Fresse. So, willkommen zurück. Ich bin jetzt wütend, weil ich gestorben bin. Kann ich verstehen, war ja auch ein ziemlich komischer Tod. Ich habe noch nie einem Gegner aus Versehen eine Waffe zugeworfen. Guck mal hier, Gagsty möchte auf YouTube sein. Hallo Gagsty. Hallo Gagsty. Gagsty, Gagsty, Gagsty. Sag hallo YouTube. Sag hallo YouTube Gagsty. Naja, egal, gut. Schaut bei meinem Kollegen vorbei. Wir springen wieder runter. In drei, zwei, eins. Wee! Wee! Toodaloo! Toodaloo!